Wenn ich morgens aufwache, ist es noch früh und ich bin meistens noch sehr müde. Dann aufzustehen, fällt mir schon ein wenig schwer. Aber ich freue mich schon darauf, meine Freunde in der Schule zu sehen. Meine Mama bereitet mir immer das Frühstück vor. Eigentlich habe ich noch nicht so einen großen Hunger. Aber Mama sagt immer, es ist wichtig, gut zu essen. Und zum Mittagessen dauert es ja noch ein Weilchen. Dann sage ich Mama und meinen Geschwistern noch Tschüss. Papa ist dann meist schon auf der Arbeit. Jetzt aber schnell los, sonst komme ich noch zu spät. In die Schule gehe ich ganz gern wegen meinen Freunden. Ich erzähle dann immer von meinem Tanzkurs und meine Freundin Leonie redet total gern über die Jungs. Wir lachen viel zusammen. Herr Strothmann ist zwar ziemlich streng, aber eigentlich doch ganz okay. Ich weiß, Mathe ist super wichtig, aber richtig Spaß habe ich nicht dran. Meistens ist Schule, aber in Ordnung. In der Mittagspause gehen wir immer in die Schulkantine. Das Essen schmeckt mal gut und mal nicht so. Aber wir freuen uns eigentlich immer auf die Pause. Ich bin Hannah. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Mein Name ist Mephi. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Untertitelung des ZDF, 2020